Obwohl Peter Greenaway sich schon in verschiedenen Kunstformen versuchte, so kennt und schätzt man ihn überwiegend für seine Werke als Regisseur. Oftmals eigenwillig, mit reduzierter Handlung und opulenter Ausstattung. Jeder Film ein Neubeginn und die Frauen, die stehen immer im Mittelpunkt. Hin- und hergerissen zwischen Begierde und Verabscheuung, sowie mit Köpfchen und einer gehörigen Portion Humor. Beispiele hierfür findet man so einige im Oeuvre des britischen Filmemachers mit Hang zur Internationalität. Von Drowning by Numbers, zu deutsch Verschwörung der Frauen, oder auch der 1993 erschienene und umstrittene Beitrag Das Wunder von Magan, wo Macht und Ausbeutung thematisiert wird. Seitens der Kirche und des Staates. Dabei verschwimmen die Grenzen der Wahrnehmung und so Realismus macht sich breit. Ganz im Sinne des Regisseurs und seiner Passion für die Kunst in jeglicher Form. Zwischen den beiden erwähnten Werken entstand sein Statement der Koch, der Dieb, seine Frau und ihr Liebhaber. Zur Aberglas und der Politik Margaret Thatchers verpackt als ein üppiges Gemälde der alten Meister. Die Geschichte ist recht knapp serviert. Richard, der Koch und Inhaber, ist kulinarischer Perfektionist. Sein bester Kunde, Orbert, der Dieb, terrorisiert mit seiner Bande das Personal. Bis sich seine Frau in den Mann vom Nebentisch verliebt und mit ihm in der Speisekammer zwischen Wein und Geflügel eine heftige Beziehung eingeht. Als Orbert ihn tötet, plant Georgina eine Rache à la carte. Der Klappentext fasst es recht gut zusammen. Greenaway liefert ein barockes Bühnenstück, das mit fast jeder Kameraeinstellung ein veritables Bild liefert. Greenaway ist eindeutig von einer übermäßigen Bildsprache fasziniert. Der Bildaufbau ist so sorgfältig konstruiert, als wären es Gemälde. Sei es die Ausstattung der Szenerie, die Kostüme von Jean-Paul Courget oder die Ausleuchtung. Kein Wunder, dass sich Greenaway 2007 intensiv mit der Entstehungsgeschichte um Rembrandts Die Nachtwache befasste. Abgerundet wird die besagte Darstellung des Treibens im Restaurant Le Hollandaise mit galanten Kamerafaden zwischen den Setpieces. In diesen Szenarien thront Michael Gambon als Tyrann Orbert. Immer im Spotlight, was auf den restlichen Cast nicht wirklich zutrifft. Das Ensemble bewegt sich überwiegend in den Schatten der Kulisse bzw. in der Unschärfe und wie aufs Stichwort treten die Figuren hinaus ins Licht. So verschwenderisch sich auch der Film gibt, so bleiben die Figuren immer schön auf Kurs ohne groß rauszufallen. Einzig das Animalische in Form von Trieben jeglicher Couleur hauchen eruptionsartig Leben ins Personal. Ich habe vorhin die Ausleuchtung und die bühnenartigen Sets erwähnt. Die Einflüsse von Stanley Kubrick, Federico Fellini, Mario Bava und Dario Argento sind unverwechselbar. Greenaway schwelgt im Stile des New Hollywood. Mir persönlich gefällt dabei die Funktion des Raumes. Diese wird, ähnlich dem Barmer Side Feast, also dem Schlafzimmer in der Endsequenz von 2001, Odyssee im Weltraum, mit einzelnen Objekten definiert. Wir können als Betrachter anhand wenigerer Punkte assoziieren, dass es sich bezüglich der Innenarchitektur des Raumes um Versailles oder es um einen ähnlich gearteten Raum aus der Zeit von Ludwig XIV. handeln muss. Minimalismus ist das Stichwort. Greenaway versucht eine Balance zu finden und dem Zuschauer nicht nur porevisuelle Verschwendung zu liefern. Ein weiterer Punkt, der Erwähnung finden sollte, ist der Einsatz von Licht und Körperfarben. Die repräsentieren den Gemütszustand der Protagonisten. Die besagten leidenschaftlichen Ausbrüche werden durch das Farblichtkonzept verstärkt und geben den Zuschauer eine Art Farbcode an die Hand, um sich zu orientieren. Ähnlich einem musikalischen Thema und dessen Variation. Ja, man kann sagen, der Koch, der Dieb, seine Frau und ihr Liebhaber ist ein Augenschmaus und der wahre Hauptdarsteller ist hier die Ästhetik. Doch kurz danach kommt auch schon der interessante Cast ins Spiel. Michael Gabon habe ich ja schon erwähnt. An seiner Seite sehen wir die langsam über sich hinauswachsende Ehefrau Georgina, gespielt von Helen Mirren. Die im ersten Drittel des Films mit Alan Howard kokettiert, der hat den intelligenten, aber introvertierten Buchhändler Michael mimt. Und ebenso wie die High Society der Stadt die kulinarischen Experimente des Kochs, gespielt von Richard Boringer, genießt. Soweit der Hauptcast. Doch daneben sehen wir noch Liz Smith, Alex Kingston, Ian Dury, Syrian Hines, Roger Aston Griffiths und Tim Roth. Wie man hört, ist der Film bis in die kleinste Rolle hochwertig besetzt. Der Koch, der Dieb, seine Frau und ihr Liebhaber bietet eine Mischung aus Shakespeare und dem letzten Abendmahl. Manchmal erdrückend, wie Ferreres das große Fressen, doch oft auch dezent offensiv. Dies ist nun meine Zweitsichtung. Die erste unternahm mich 17 Jahre zuvor, damals mitten in der Ausbildung zum Koch, auf Empfehlung hin meines Küchenchefs. Zugegeben, ich war vielleicht etwas zu jung für den Film, aber die Bilder übten schon damals eine gewisse Faszination aus. Umso schöner finde ich es, dass Universal und Just Bridge dieses Amos Girl in Form eines Mediabooks herausgebracht haben. Das Bild und der Ton ist gut und darf wohl auf die 4K-Criterion-Restaurierung von 2015 zurückgeführt werden. Allerdings kommt das deutsche Release ohne Bonusmaterial aus. Also kein Autokommentar von Cunerway, kein Interview mit Jean-Paul Courthier oder dem Behind-the-Scenes-Feature beziehungsweise dem Special über den Einfluss von Theater und Kunst auf den Hauptfilm. Einzig ein kurzweiliges, aber informatives Booklet von Christoph N. Kellerbach steht dem geneigten Filminteressierten zur Verfügung. Für derzeit 20 Euro im Regal eindeutig zu wenig. Schade zwar, aber besser als nischt. Hier kommt es eindeutig auf den Film an und dieser macht einiges Wett. Internet – Eindeutig zu wenig. ic